Nun nachdem müssen wir die Augen kontrollieren oder auch einfach mal den ganzen Körper und dementsprechend müssen wir auch an die Züge super rankommen. Ja jetzt gibt es einen kleinen Snick, heute Abend geht man aber weiter, da gibt es dann aber eine große Portion zu Angras, Heust, Obst und Gemüse.